Endlich! Das fliegende Klassenzimmer erobert erneut die Kinoleinwände. Also ich kannte das schon vorher, vor allem die Filme, weil bei uns in der Familie ist das so ein sehr bekanntes Buch. Und dabei dürfen natürlich wieder, wie im Roman, ein Internatsaufenthalt mit Komplikationen. Und deshalb habe ich mich auch so gefreut, als ich dann dabei sein konnte. Ein rätselhafter Fremder und das außergewöhnliche Theaterstück nicht fehlen. Als die Anfrage reinkam, dachte ich, das hat irgendwas mit einem fliegenden Klassenzimmer wortwörtlich zu tun. Das fliegende Klassenzimmer. Jetzt im Kino.